So, wir kommen zurück zu Session Nr. 3 mit zwei Gastleuten oder wenn die sich auch benehmen, können die auch auch oft hier sein. Söker, das gilt gerade für dich. Hi Söker, so stell dich vor. Los, stell dich vor, los. Bitschlepp, los, leg dich um. Leg dich um. Ah, doch in auf Arsch. Und wir haben die Nase, Nase. Hier, du hast hier deinen Zigeuner, das ging gleich mitgebracht. Hey, nix gegen meines Kühn, Alter. Ja. Ey Daniel, komm mal her. Was willst du? Ja gut, der gute... Boah, ich hab das auf Band, ich hab das auf Band. Was hat Breaker getan? Der Breaker hat hier, Kobo verwelten wollen. Oh mein Gott, Breaker. Bitschlepp, dreh dich um. Lass auf die Nase. Ey, hauer. Ey, hauer. Egal. Ja, Leute, der gute alte Hobbs hat so viel Realize, das heißt, wir brauchten mal eben zwei neue Gäste und der Söker hatte auch gleich mal Lust, dabei zu sein, ne? Ja, klar. Und wie nett ich bin, da hab ich einfach gesagt, ja, Söker Springer gleich ein, komm. Weil... So, wenn wir ja schon sehen, sondern im Haus ist, dann kannst du gleich mitmachen. Ich hab' einen Längel und kam' einen Auftritt als eine Sekunde. Oh mein Gott, ey. Da verspricht lustig zu werden. Boah, aber irgendwie hab' ich das Gefühl, dass im Previews, ähm, 4, dass das, ähm, irgendwie jetzt flüssiger läuft. Ja, gell? Oder du hast einfach nur einen neuen PC. Ja, dann, ey. Ey, Popo! Du hast dir noch mal Teile geholt, erzähl. Lauf mal wieder. Hey, guck mal, da kommt der Erde aus seinen Wiesen raus. Oh mein Gott. Magic. So, was, ich glaub' mal. Hey, Popo, den Block dahin. Oh Mann. Okay, ich hab' letztens ne Höhle markiert, vielleicht habt ihr's in den Videos gesehen, Jungs. Ich hab's gesehen, Höhle. Und wie wär's, wenn wir da hinabsteigen? Ja, ich steig auch mal hinab, äh, ich kann nur noch voll hinabsteigen. Hey, Breaker, komm her. Breaker. Hey, komm her. Pst, Breaker, Beifuß, Beifuß, Breaker. Komm, da kommt da nicht hoch. Und schweig bitte. Okay, Breaker. Hier, Popo ist sicherlich und du gehst jetzt da runter und, äh, guck mal nach, was da drin ist. Uh. Go ahead, I'm out. Wie das aussah. Geh weg, komm. Der Scheiß auch, weil ich bin ganz unten. Breaker, wir holen Hilfe. Komm runter. Nee, da ich das Display gesehen hab, äh, weiß ich, dass der Fenster braucht. Deswegen sammle ich jetzt erstmal ein bisschen hier, äh, Sand. Genau, komm, du bist hier jetzt der neue Creative-Art-Designer. Das war ja für heute zu. Breaker, du dämlicher, kleiner Zigeuner. Hey, nichts gegen Zigeuner. Ist direkt da, meine Eisen. Ja, ihr müsst wissen, Leute, der Popo hat so seine rassistischen Gene letztendlich ausgepackt. Ui, yo. Was zum Fick ist das? Ich hab jetzt gegen... Fuck, River. Breakup. Warum? Breakup. Jetzt mal aus. Moment, ich kann die raus nicht gerade ein wie euch. Oh, Mann. Breakup, warum? Ich sag's nur, warum? Warnst du mich nicht? Ich hab dich gewarnt. Jo, das Ding schon gebummt ist, du. Eule. Boom. Boom. Boah, ich geh mich auf. Boah, ich geh mich auf. Fick dir schon mal lustig an. So, Daniel, tschüss. Hey, 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 hallo, hallo. Wollens mal mein Kram wieder. Popo? Was willst du? Ich hab extra von uns im Trepp. So. Tappe geworden und, äh... Oi, man, ich brauch' Essen, ich auch Hunger. Vergammeltes Fleisch los. Durst, Verzweiflung. Vergammeltes Fleisch. Letzte Rettung, vergammeltes Fleisch. Reak-Reak, du bist wirklich... Schon wieder! Reak-Reak, du bist wirklich... Hahaha. Also, ich hab mich grad so ein kleines bisschen verarscht. Doch, nur fast was. Ich hab' da so witzig, das glaub' ich grad. Das ist jetzt voll rassistisch, den kleinen schwarzen, hier andernogen zu lassen. So wird geil, right? Oh mein Gott, das verspricht lustig zu werden. Ja. ab ach so ist nicht zweimal gestorben und weil es so schön war es ist immer wenn ich mich fortverkonten Grieper ich hab da jetzt extra Treppen gebaut du musst du nicht die ganze Zeit runterspringen ich finde die Brücke ist doch blöd so also ich will jetzt meinen Kram haben Popo los so gepackt Popo hoch was erstmals zu hier erst mal den Kram boah hey da oben ist Eisen nicht ich bin da in die Kiste heute wird er ist die Schöne Treppe gebaut aus Dreck zu uns er will er erst mit übersehen soll es waren so was nicht getötet ob er heißt später in dem Moment ganz sicher nicht das ist ein bisschen drüben muss überhaupt aber ich habe gerade rollen mann so ist dann in einer Weise auf einen Faust Städte wie das hier aus die Idee so Rekker Kripper ein paar Hälfte Holzschuppe hey hier ist Wasser er ist noch ein Krim Prozent Euro Prozent weiß ich habe recht in der Skype und vier und ich äh kann ich gehen ich könnte die Aufliegen die Jahre um um ja aber ich hole das wie ganz cool kohle 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 und ja ich fäcke gerade Kron und jetzt und Fäger aber sollte machen und Pferd da erhältst du und Doren und war ganz froh ich bin der nächste nächste Woche nach da er in der Nähe von Papi Zeichen ja so heißt die Spreker Reik bei der Ecke ab der Aka Eberlöse you Akei 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 Wusstest du eigentlich Akei oh alter Akei Wusstest du eigentlich das Akei mit vollem Namen Robert C Wie heißt der? Der heißt Robert Caddy Oh mein Gott Breaker das ist eh Sehenverwandter von dir Nee glaub ich ja weniger Das ist dein Soulmate Boah nein es wird nach wenn ich will jetzt eure Kinder Räger hat nacht Räger nur mit kurzen Gruppen von so auslösen und nicht ich schwöre ich bringe die gesagt Räger wenn du irgendwelche Krieger dahin lokt man dann um springer besser ins Wasser nicht so ob sich da jetzt hier um das Haus herum sie sind so zu machen der Ernst der Ernst ich kann singen und ja können uns ich habe immer weiß dass ich hier nicht sehen kann kann sie auch nicht so lange ist ein die Spastung da ist es nicht Prozent Prozent es ist Unglück er hat ausgeflogen als erfreulich wieder nachgegangen ja ja kommen eben sicherer sie und der Reise ihrer Jetzt bevor jetzt irgendjemand wieder sagt, Regi, du hast was gegen Zigeuner. Nein, ich hab nichts gegen Zigeuner. Ich bin absolut nicht rassistisch, ja. Ich find's einfach nur lustig, mich über Vorurteile von anderen Völkern lustig zu machen. Nussaka? Genau. Die Spinne! Die Vögel in den Baum. Guck doch mal, aus dem Fenster, Sörg, aus dem Fenster. Wo? Hier. Wo? Da, aus dem Fenster, guck. Die Spinne. nuitch. Also auch. Aber, sie ist, guck, die Wögel in den Baum. Na, ongards, ongards, denn... Oh, was ist das denn? In den Augen? Ich bin ein. Was ist das? Ja, ja. Ich bin ein Starbucks, ich bin ein Auge. Auge fuhu. Ah saa! Ja,teule�, it %o würde jetzt sagen, du hast gewählt gekriegt oder so der Räger um den Menschen zwischen der der Ende dusche nur einmal die Woche vorgleichliche jetzt ist die ich bin ganz von der Eger Räger das ist nicht warum zum Fick ist hinter mir nun so nicht zufrieden sind er war klar er hat ich glaube dass er dritte Mal und sind gerade am ersten Part das ist auch mal er ist ja gar nicht bewusst ist jetzt so ist es noch ein bisschen löslich jetzt will ich die Kinder es ist wenn man vor so einem riesen Land der ist das haben wir in Ordnungs er ist er kann sein dass sie in das ohr wurde zum Mikro dazu wie ich gerade Sachen ab ernte wie geht es mir war mir auf der ist ne ich bräuchte mal eben hilfe und zwar bei Melonen Dingenskirchen immer kann man sich ich kann hier bei Melonen-Helvener bin ich Experte bin er da ich hier äh Philippine Korrekt was ist das ist auch ein bisschen wie einer weiß ich was auch nicht in einer meinte ich musste in die Dreck in den Nehmen ja du musst da ist Wasser noch mal noch mal hier dass sie mit Dreck zu also hier was sind der Dreck daneben der Eno hier im Kopf wo wo das ist über 4 so etwas was die Krise von Postmoor und hier haben mit Städter hinter dir also da ihr noch mal da das Komplett zu und dann mit der Hau Hau mit der Hau mit der Hure mit der Eisenbohr Ja, so ungefähr, halt, äh, aber halt neben den Dings, wie heißt es? Neben den, äh, was, sind es Wassermelonia, gell? Nee, das ist Kürbis. Ja, muss ich glaube auch sein. Ih, Hakan, Hilfe! Popo, opfer dich! Das Maul. Opfer mich ganz sicher nicht. So, komm mal her. Hör mal, warum? Lass mich raus. Ah, ich sterbe. Ich sterbe gleich wieder. Ey, das ist so lustig, Bart. Ich muss es essen, das ist so lustig. Ich muss, also, ja, das Ganze ist, über kein Fleisch oder so gesammelt. Nee, keiner, aber dann, Popo, Mama, hier das Loch zu. Oh, shit. Erstmal muss ich mal gucken, ob ich überhaupt mein Kram wiederbekommen. So, jetzt bewerblich, ich jetzt in Architektur. Alter! Jetzt mal ernsthaft, wieso zum Teufel sind hier überall Mops, spinnen. Nein, Mops. Zweiter. Ich habe die ganze Zeit, du vergammelt das Fleisch zu messen, nee, be a real life. Ja, gammelfleisch, so. Ja, Türken halt. So, wir müssen mal hier, irgendwie, die Gegend ableuchten, können wir, dass die ganze Scheiß späumt. Junger! Der PiS nicht spielen. Ja, PiS und so, du meinst, ich dachte, du meinst mich. Nein, ich meinst dich. Popo. Ein Graubi. Heizmoor. Was jetzt? Ich hab's graviert. Das er hat mich in Hakan's Phase letztens, wo der nur Schäfer gelabert hat. Boah, alter. Ey, Leute, ich hab's scheiß. Ich bin Freize. Ey, ich bin Freunden. Ich hab's ... Daniel, ich dachte, ich bin so ein bisschen wie das ist, ich glaube, vollends recht. Nein. Yee Creeper. Creeper. Also, ich hab von mir, auch, ich hab von mir. Boah, hast du gesehen? So macht man das? Like Boss. 8 es ist noch ein er hätte ich mal sehen hier kommen jetzt möchte ich sowohl auf den Berg los Opferdicht ein doch nicht mehr ich bin vergiftet er hat und man muss die er hat ich habe noch ein halbherzen dann habe ich heiße ich auch nein Bosnien was Geld kommt auch schon bei Hacker muss er gehen so auch gar nicht er hat so und die Prozesse anrund ich glaube ich traurig uns also ich habe und ich habe auch nach der Wünsche wo zu beurteilen Sachen jetzt und dann ist noch aus und bitteschön Eureka was auch so ist ein ganzes Prozent Prozent sind wir uns einer Höhle rumlaufen auch noch aus Rekker Uwe ich bin die Magen Recker auch bei der Opfer ist alle und hier nun der Gäste wieder so ist dann kommt die Reihe so eine Laufgabe ich hätte gesagt sie können das ganze Leben aufs Leissel in Würde oder so was ja leider ist von ihm wie keine Dingschweinchen ich hab ein Spinnenaugen aber ich auch an der Stelle damit machen schon mal nach was man machen erst mal die ich doch nun ins Haus sieht man sich wo kommen die ganze Montag das habe ich mich auch schon gefragt los müssen die gegen die mal ableuchten wenn ich fackeln Kohle hätte mit übernicht um ich mich nicht mit Sprenger sind es jetzt machen können aber nein also ich leuchte immer die Gegner aus mit fackeln bei uns ist erst mal schön tisch also Spinnenaugen die was fisch die fisch streckt den Apfel mit Karamell und macht die süchtig wenn ich du fruchten so und jetzt steigt der Kurs hoch du ziehst High Age und denkst es sei pur Koks erhaut jeden Moment du bist ein Mächtiger über Papen und denkst es sind Mangos so er hat ehrlich wo war noch mal hier diese Höhle die zu mein Dingens bis jetzt noch wo wir letzten Punkten haben sorry kein Plan aber was können wir mit dem Spinnenaugen machen um irgendwas wichtig ist auf jeden Fall was man ist uns ein Kraftmann ist fermentiert Spinnenaugen ist brauche Kohle 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 ich habe Kohle Gethut ich hab Kohle gefunden zhalts Buch oh komm fermentierter Spinnenauge oct